Hallo und Herzlich Willkommen zum neuen Fortnite-Shop! Auch heute schauen wir wieder gemeinsam, was denn Neues in den Shop gekommen ist und wir scrollen mal gleich nach oben, da soll es ein neues Emote geben, nämlich das Flugzeug. Gucken wir uns gleich mal an. Okay, nett. Dann haben wir Sprungwurf, der ist nach 33 Tagen zurück. Dann haben wir Dreifachbedrohung, die ist auch nach 33 Tagen zurück. Slam Dunk ebenfalls. Dann haben wir Korbzeit. Muckel, auch nach 33 Tagen zurück. Dann haben wir Balltalent, natürlich auch nach 33 Tagen zurück. Dann haben wir in der nächsten Zeile den Unterdrücker, der ist nach 105 Tagen zurück, lockerer 2.000 V-Bucks. Aber ein nächstes Kind, mir gefällt er. Dann haben wir die Plasmaklinge dazu, die ist natürlich auch nach 105 Tagen zurück. Zwei Zeile, rot und schwarz, sage ich mal. Und dann gibt es noch eine Lackierung, Dreiecksmuster. Auch dies nach 105 Tagen zurück. Die ist echt nice. Dann haben wir die freche Wurst, nach einem Monat zurück. Hat verschiedene Stile hier. Dann gibt es dazu die Würstchenkette als Kondensstreifen. Und das Backblink, das verändert sich ja auch. Das scrollen wir mal näher ran. Können wir besser gucken. Das ist klar, das war die letzte Version. Genau. Dann gibt es da die Überbratwurst. Dann nochmal hier alles einzeln. Und dann haben wir die täglich vorgestellten. Einmal Flobber, der hat zwei Stile. Einmal dieser und einmal so einen blauen, sage ich mal. Dazu gibt es da das Krötenschild als Backblink. Das passt sich auch an. Dann haben wir Berchi, ist nach 383 Tagen zurück. Verschiedene Stile. Dazu gibt es dann das Backblink. Dann haben wir also Renegade, nach 29 Tagen zurück. Kleine Schritte, nach 263 Tagen. Schwulig, nach 29 Tagen. Dann haben wir die Lama-Wippe, nach ebenfalls 29 Tagen. Dann gucken wir in der nächsten aber noch den Omega Knight. Alexa, kam gestern rein. Das Emote von gestern noch. Ja, die ganzen Ikonenskins sind noch da. Scarlet Witch, Master Chief ist auch immer noch am Start. Die Star Wars Sachen sind noch da. Wuwe ist auch noch dabei. Ja, das war es aber mit dem Shop für heute. Mach hallo bis zum nächsten Mal. Ciao, eure Sam. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020